Es ist der 24.10.2022 und wir drehen hiermit das 163. Video von dieser Bänderrissfolge. Ich habe jetzt seit, na wie lange denn, bestimmt zwei Stunden habe ich die Strümpfe aus, die Stiefel aus und die Hose habe ich eben ausgezogen, je Viertelstunde her. Hier ist noch diese Naht von der Hose und diese Eindellung hier ist weniger geworden. Das hat sich jetzt wohl noch ein bisschen ausbeulen können. Also die Wasseransammlung ist zurückgegangen. Auf der Seite haben wir uns ja schon ein paar mal angeguckt. Sieht alles wieder gut aus und auch hier, gut, da haben wir noch diesen Hügel hier rüber und der Knöchel, der braucht noch ein bisschen. Und wie fühlt sich das an? Also es wird immer besser. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt doch wieder so einen Schub bekomme. Es zieht, kribbelt und manchmal so ein leichtes Brennen, wenn ich jetzt so zur Ruhe komme und das im Bett ist auch noch nicht so toll. Aber es ist doch schon sehr, sehr gut geworden. Schauen wir es uns halt morgen wieder an. Macht's gut!